Heute werden wir die Sinne von Katrin Müller-Hohenstein und Marie Bäumer sowie von Horst Lichter und Axel Millberg auf den Kopf stellen. Vermeintlich Kleines wird groß erscheinen und Großes lassen wir ganz klein wirken. Sehen, tasten, hören, schmecken, riechen. Herzlich willkommen zu Mich täuscht keiner. Die Show, die auch ihre Sinne auf den Kopf stellen wird. Und hier ist ihr Gastgeber Dirk Steffens.